Ich lerne Deutsch. Nummer 15712 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Urlaub an der Nordsee ist immer ein großes Vergnügen für uns. Auch die Kinder lieben es hier. Und begleiten uns jedes Jahr. Der Urlaub an der Nordsee ist immer ein großes Vergnügen für uns. Auch die Kinder lieben es hier. Und begleiten uns jedes Jahr. Der Urlaub an der Nordsee ist immer ein großes Vergnügen für uns. Auch die Kinder lieben es hier. Und begleiten uns jedes Jahr. Ich bleibe ewig jung. Zumindest im Herzen. Davon bin ich überzeugt. Ich bleibe ewig jung. Zumindest im Herzen. Davon bin ich überzeugt. Ich bleibe ewig jung. Zumindest im Herzen. Davon bin ich überzeugt. Endlich habe ich den Pokal erhalten. Ich bin die schnellste Läuferin unseres Vereins. Endlich habe ich den Pokal erhalten. Ich bin die schnellste Läuferin unseres Vereins. Sie wurde neidisch, als ihre Schwester das Lob der Eltern erhielt. Sie wurde neidisch, als ihre Schwester das Lob der Eltern erhielt. Sie wünschte sich das Lob der Eltern und fühlte sich im Vergleich zu ihrer Schwester weniger anerkannt. Wir brauchen keinen Rasen mehr. Wir haben Schafe. Wir brauchen keinen Rasen mehr. Wir haben Schafe. Für unser Projekt erhalten wir staatliche Förderung. Frischer Brokkoli liegt in einer herzförmigen Schüssel. Und gib uns bitte ein Like.